Hier ist das Ding. Die Argumente. Das Wirtschaftsmagazin vom Oldenburger Münsterland. Und ganz ehrlich, früher habe ich immer gedacht, okay, das sind nur die großen, die ganzen dicken, fetten Firmen aus dem Oldenburger Münsterland, die sich da präsentieren und die darin vorgestellt werden. Dabei ist es so dick wie ein Telefonbuch. Und was sollt ihr euch sagen? Wir haben es geschafft. Wir sind hier reingekommen. Nicht weil wir hier die ganz großen sind, sondern einfach keine Ahnung warum. Wir sind angerufen worden und ich habe natürlich spontan gesagt, natürlich machen wir damit. Und auf der Seite 298 sind wir über drei Seiten. Wir haben da wunderbar vorgestellt. Den Text hat übrigens Petra Hellmann geschrieben. Und Petra hat ein unwahrscheinliches Talent, richtig, richtig toll zu schreiben, das auf den Punkt zu bringen. Und das hat mir vor Anfang die Zusammenarbeit mit ihr sehr, sehr gut gefallen. Also, den Text dazu habe ich jetzt abgedruckt. Den gibt es jetzt im Blog. Könnt ihr hier unten lesen. Da steht der komplette Text drauf. Und Argumente, Oldenburger Münsterland, 0 Seiten hat das Ding. Ich weiß gar nicht. Fast 350 Seiten. Also richtig toll gemacht. Und da werden wirklich die besonderen Firmen aus dem Oldenburger Münsterland vorgestellt. Und ich bin richtig happy, da mit dabei zu sein. Danke. Liest euch das mal durch. Dankeschön. Vielen Dank.